So, ja, Leute, da bin ich wieder, äh, und ich glaube, irgendjemand wollte was sagen. Hören wir einfach mal rein. Ich bitte Ihren Entschuldigung. Wir, Guado, sind kregen zum Schuss des Fahrplans. So, ja, alles klar. Dann, glaube ich, müssen wir ins Abyss um, wenn man das so ausspricht. Gina, die High Summoner's Daughter, Seymour, der Leder des Guado. Marriert im Namen Yevon, überkommend die Barriere der Ressens. Es würde Spira etwas schrecklich zu sprechen, um eine Veränderung. Sie klingt einfach wie ein passender Tagdream, wie Oran sagt. Spira, 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 Spira. Ich kann das für Leute machen. Vielleicht sollte ich was ich kann. Ich habe nie gedacht, dass ich so etwas wie das tun. Aber ich werde nicht antworten, bis ich weiß, was ist richtig. Szerisch? Du kannst immer einfach nicht verabschieden und verabschieden. Ich werde. Ich werde weitergehen. Ich bin sicher, dass Lord Seymour versteht. Um, ich glaube so. Ich bin ein Summoner. Ich muss kämpfen und verabschieden, Sinnen. Wie Braska, bevor du dich. Ich musste mich nicht verabschieden, auszutauschen. Was ist da, was zu denken? Ich gehe nach dem Far Plane. Ich gehe nach meinem Vater und denke auf das. Geh, wir sind gleich hinter dir. Ich habe mich gefragt, warum sich niemand von den anderen gefragt hat Yuna. Du liebst Seymour? Du magst ihn sogar? Was haben wir hier? Blitzkugel. Ja, okay. Jetzt können wir wieder umdrehen. Haben wir alles, was wir wollten. Frage. Über dieses Far Plane. Wenn jemand sterbt, ein Summoner sendet sie auf den Far Plane, richtig? Also ihre Seelen, oder was auch sie sind, gehen sie auf den Far Plane, richtig? Aber das ist das Far Plane, das wir gehen, richtig? Und Yuna ist da auch? Ja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Sie nehmen die Form der sterben Person. Eine Illusion, nichts anderes. Hm. Na, mach Spaß. Was? Du gehst nicht da auch, Riku? Ich behalte meine Erinnerungen in der Seite. Huh? Erinnerungen sind schön, aber das sind alles. Was? Genau, Leute. Ähm, und hier ganz, ganz wichtig. Ähm, wir haben von Waka ja dieses Bruderherz gekriegt. Zuerst Waka ansprechen. Wenn man Yuna zuerst anspricht, ist das hier alles schon vorbei. Ja, dadurch können wir dann nämlich das Bruderherz ein bisschen aufleveln. Kommt ein bisschen rüber wie mit den ultimativen Waffen, aber dazu später mehr. Die Farplane war cool, aber ich konnte nicht stoppen denken über Yuna. Ja, ihr Eltern, sie sahen so glücklich zusammen. Aber es hat mich überrascht, dass vielleicht sehen sie würde, dass Yuna wirklich betrachten Siemour's Proposal. Proposal. Stimmt überhaupt nicht. Obwohl, vielleicht sieht er ein bisschen so aus wie hier. Geht ihr Platz hier. So, wie warst du? Oh, der Mann, den ich dir gerade erzählt habe. Ich gab ihm ein Schwert. Er mag es. Huh? Wow. Nur ein bisschen mehr. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Stimmt das wirklich? Das ist Bruderherz. Tatsache, guckt es euch an. Angriff plus 10, Angriff 10%, Nässe-Schlag durchschauen. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Und jetzt kommen wir bald in die Donnersteppe. Da kann man das richtig gut benutzen. Er ist tot. Und ich bin noch nicht mehr. Kommt hier wirklich das klar. Ich sollte mehr auf das, was ich jetzt machen muss. Ich bin noch nicht mal. Ich bin noch nicht mehr. Na, was ich jetzt machen muss? Was? Ich bin sicher, er war ein guter Mann, aber nicht mehr von anderen. Hmm, das ist eine Möglichkeit. Hmm, wie geht es mit Waka? Was, ich mit Waka? Ja, ihr beide geht gut. Geht gut nicht genug, gar nicht so nah. Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Du solltest gut daran erinnern. Wissen ein bisschen über Frauen, vielleicht kommt es gut. Ja, ich erinnere mich. Ich werde auch nicht vergessen. Auf Wiedersehen, Chapu. Du hast immer gesagt, ich sah grumpier. Aber die waren die glücklichsten Tage meines Lebens. Na, und das ist was zählt, oder Leute? So, uh, Yuna? Ich habe entschieden... Oh, wirklich? Das ist gut. Ich erinnere mich, als ich nur sieben Jahre alt war, in Bevelle, in Bevelle, in dem Tag. Mein Vater hat den Sinnen gewöhnt, und die ganze Stadt war in den Straßen. Alle waren lachen. Alle waren so glücklich. Alle waren so glücklich. Wenn ich den Sinnen gewöhnt, das würde jeder glücklich machen, nicht wahr? Das... Ich muss machen, was jeder will. Nicht nur, was ich will. Lass uns zurückgehen. Du musst sie sagen, Seymour. Ah ja, sie weiß ja nicht, dass er es ist. Ja. Sie ist Sin, ja. Sie sind Sinnen. Sie sind Sinnen. Das bedeutet, dass er alive ist. Was, wenn mein altes Mann wirklich ist Sinnen? Was würde ich sagen, Yuna? Ja, zu allen in Spira. Wait. Warum sollte ich mich auch zu erinnern? Ich würde lieber ihn nicht wiedersehen. Was macht ihn so sehr? Alles, was er macht mich verrückt. Es war seine Schuld, dass ich und meine Mutter... Mom? Es ist sie. Sie ist sehr schön. Aber... Wait. Keine Ahnung. Keine Ahnung für sie nicht. Sie sollte sie akzeptieren, während sie noch alive war. Woah, da. Das ist meine Mutter, die du sprachst. Oh. Ich bin sorry. Hm. Es ist okay. Ah. Ich denke, ich habe einfach... ... etwas herausgefunden. Was? Warum, ich liebe meinen alten Mann. Er scheint auf jeden Fall nicht gut zu der Frau gewesen zu sein. Ich habe ihn gesagt. Ich habe ihn gesagt, was ich erinnern habe. Was? Was? Natürlich. Ich denke. Ich denke, aber... Aber... Mami! Just ein Sek, dear. Als mein Mann war mit dem, meine Mutter nicht mehr auf mich. Vielleicht ist das als ich ihn auszultert. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Wenn er uns verlassen hat, meine Mutter einfach verloren hat. Hm. Ist sie okay? Warum sollst du sie sterben? Wenn sie sterben, dann weiß ich was zu tun. Nicht sagen, dass meine Mutter sterben. Ich entschuldige. Wenn sie sterben. Die alte Frau neben mir sagte, wenn ein Laufbeer sterben, derjenige, derjenige, sie einfach nicht zu leben, damit sie mit ihren Freund. Es war einfach so. Ich liebe meinen alten Mann sogar noch mehr. Aber wirklich, mein alten Mann... Mami! Just ein Sek, dear. Ich gehe zu ihm. Du wirst sie schreit, wenn du nicht. Ich bin so dum. Ich bin so dum. Ich glaube nicht. Ich bin so dum. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Na gut. Es braucht noch mehr Zeit. Nein. Ich bin bereit. Ich habe etwas. Ich habe etwas verloren? Danke, dass ich warte. Ich werde meine Antwort zu Meister Seymour geben. Lord Jiskel! Lord Jiskel! Nein. Ein Zombie! Er ist hier nicht. Warum? Yuna, send ihn. Lord Jiskel! Er ist Lord Jiskel nicht mehr. Send ihn jetzt. Sie sind jetzt. Wir gehen jetzt. Was war das gerade jetzt? Das wirklich Lord Disco? Das war nicht so. Bedeutet, wir müssten jetzt hier eigentlich wieder runter und in Richtung Donnersteppe. Ich will gehen. Ich will mit Meister Seymour treffen. Yuna! Disco ist das Guado-Problem, nicht deinem. Ähm... Was? So, Lulu. Was denkst du über Yuna zu heiraten? As long as die Pilgrimage weitergeht, Either way ist fine. Das ist es? Was, wenn sie nicht sogar lieben, ist das okay? Die Leute heiraten für viele Gründe. Was bedeutet das? Manchmal ist es ein Geheimnis nicht braucht, du weißt? Verzüßt den Sinnen und bringt Freude zu den Menschen von Spira. Verzüßt und bringt Freude zu den Menschen von Spira. Ja, für dich nicht, sie sind nur zwei Schritte nach dem gleichen Weg. All you need is determination. If you have that, you don't need love. Ja, ich glaube auch nicht. Hm, ich verstehe es einfach nicht. Hm, ich verstehe es einfach nicht. Seymour, oder Lord Seymour. Oh, ich werde vorsichtig sein. Sorry. Das ist alles gut. Oh, Maester Seymour hat Guado-Salaam ein kurzes Mal vor. Sind Sie wirklich? Okay, das war natürlich nicht so nett, ne? Einfach abzuhauen. Hätte mal ja was sagen können. Der Hund, ey. Lord Jisco, bitte sag mir, was kann ich tun, um zu helfen? Yuna, los geht's! Oh, ich weiß nicht. Ja, alles klar. Ab in Richtung Donnersteppe. Können wir erstmal mal kurz hier die Ausrüstung mal checken. Genau, Nässe-Schlag und so eine Scheiße bräuchte ich. Das ist auch nicht. Auch wieder Nässe-Schlag. Wasserbombe, genau. Echo Ring. Ja, passt alles. Los geht's. Oh nein. Wir sind hier. How am we supposed to cross that? See the lightning rod towers? The lightning is drawn to them. Hopefully. We head north, not too near or not too far from the towers. So, die Donnersteppe durchqueren. In der Gandolf Donnersteppe kann es vorkommen, dass Teiles vom Blitz getroffen wird. Niemand weiß, wann und wo die Blitze einschlagen. Da sollte man nicht regungslos herumstehen. Das ist hier so ein kleines Minigame mit Lulu. Oder besser gesagt, für Lulu kriegt man dann das Siegel. Oder die Marke, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Blitze kann man ausweichen und das muss man 200 Mal in Folge gemacht haben. Wenn ihr das geschafft habt, müsst ihr halt mitzählen, keine Ahnung. Ich hab's nie geschafft. Oder nie probiert, sag ich's mal so. Dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit in irgendeiner Kiste, ich glaube bei einem Rasthof, da gibt es so eine Kiste und da ist dann das Siegel oder die Marke drin. Je nachdem. Siehst du, ist schon der erste für den Arsch. Zeit, du bist schon mal weg. Wasser, glaube ich, ne? Genau. Du müsstest auch jetzt das Zeitliche segnen. Mal gucken, vielleicht kann ich hier gut leveln. Bleib ich hier natürlich noch. Aber erstmal, denke ich, holen wir uns den ganzen Scheiß hier auf der Karte und kommen ein bisschen vorwärts. Ups. Ey. Phoenix-Feder. Okay, ringgestillend. Keine Chance. Richtig gut. Aber ich hab mit Wakka, meine ich, noch eine bessere Rüstung. Nicht Blindschutz. Sondern hier, genau, Strom, weil Z-Abwehr, dadurch kann er gar nicht mehr getroffen werden von Strom. Richtig gut. Oh. Ah. So eine Pisse. Ey, wie oft? Lass den Scheiß. Speichere ich die Pisse auf jeden Fall mal hier. Das ist so. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich krieg sie tot. Gar kein Problem. Hier gibt's langen Levels. Hier werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen länger bleiben. Ah, genau. Hier, Leute. Da war gerade so ein Kaktusstein. Also, ich weiß nicht. Manche kennen's vielleicht noch aus Final Fantasy. Da gibt es immer so ein Kaktor. Und das sind recht seltene Wesen. Die seltensten eigentlich überhaupt, finde ich. Und, ähm. Da kann man das auf jeden Fall aktivieren. Damit, ähm. Überhaupt Kaktoren vorkommen. Ich hab keine Ahnung. Die müssten eigentlich richtig, äh, viel Levels geben, so. Von daher ist es nicht doof, die zu haben. Oder besser gesagt, äh, zu aktivieren. Ich werd's auf jeden Fall tun. Die Kaktoren im zehnten Teil sind auch, glaub ich, gar nicht so, äh, wirklich gefährlich, da sie immer flüchten wollen. So, aber hier wichtig, nicht, äh, X drücken. Ah, lass den Scheiß. Nicht X drücken, sondern jetzt, äh, wenn ihr... Ey, hör doch mal auf. Äh, Viereck auf jeden Fall drücken. So, dann fängt das nämlich anders anzuleuchten. Mit X geht auch irgendwie. Aber mit Viereck tut man da so beten. Und jetzt ist das mal 1 aktiviert. Das geht bis zu 3 Mal. Und dann kommen, äh, ja, 3 Kaktoren gleichzeitig vor. Ey, sterb ich eigentlich durch die Scheiße? Naja. Äh, nee, ein anderes Mal. Hör mal auf. Davon hab ich jetzt nix. Ich glaube, der Opa verfolgt uns. Wir würden uns die ganze Zeit zuschwallen. Also, der Opa verfolgt uns. Äh, nicht. Der Opa verfolgt uns. Äh, nicht. Ja! Und dann habt ihr den Opa verfolgt uns. Stürb! Gut. Und jetzt kann ich schon mal viel schneller. Nimm das. Boah, Level-Zone-Ende, das ist doch super. Dann müsste ich eigentlich die anderen Charakteren hier auch nochmal gleich auf-auf-Level. Level-Level. Ah! Da hab ich schon wieder gar nicht drauf geachtet. Da hab ich schon wieder gar nicht drauf geachtet. Ja, jetzt... Oh, es gibt dich. Ja! Oh, es ist mit dir. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020